so ein paar impfs die den stuff einsammeln und baut doch jetzt ja jemand mal einen boden hin bitte und vor allen dingen warum läuft das spiel so jetzt echt jetzt wirklich echt jetzt okay ich gehe mal eben kurz hin so nein du sollst hier hochklettern genau ich mache das selber nein nein komm hier hopp hoch mal sehen leertaste ist springen nein alter ich bring den noch um weil ich hier die ganze zeit so idiotisch okay also anlauf und springen sag mal das kann ja wohl nicht angehen so jetzt baut doch mal jemand was hin bitte schön baut doch doch jemand mal was hin leute echt jetzt gleich kommt wieder ein großangriff ach jetzt jetzt steckt ihr alle da unten fest das kann ja wohl nicht angehen vor allen dingen nicht jetzt nicht geht echt jetzt ich sehe schon die zwerge sterben alle gleich wieder ja ja bevölkerung gewachsen juhu wir haben de arc ja es macht so viel spaß juhu wow ich bin total happy wow ne 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 du kriegst nen rucksack puh das wird hier langsam wieder warm puh 6 Uhr morgens und es ist echt warm ach Mist ich nehme ja schon wieder seit Ewigkeiten auf ich wollte schon längst ja jetzt gleitet es langsam runter ich wollte schon längst ne Aufnahmepause machen oh er hat ne Münze gefunden 39 Münzen ich sollte mir für den Kram mal was kaufen können wir uns davon nicht ein Planteil kaufen so okay gut kommt dann noch ne Fackel hin ja jetzt ist da auf einmal kaputt ah jetzt kommen die nächsten Gegner wieder okay ich glaube nicht dass das jetzt noch was wird die neun Zwerge werden höchstwahrscheinlich die Nacht nicht überstehen wenn sie so wie die Fahrstuhlaktion da gerade echt jetzt echt jetzt erster Bug die Fahrstühle lassen einen zu früh raus man fällt durch den Boden wenn man aussteigt zweiter Bug irgendwann verschwinden Böden und Gegenstände fallen hindurch hm ach ja und des weiteren sind die Dinger hier ein bisschen zu schwer ich mein klar ich kann nicht verlieren ich hab immer irgendwie irgendwo noch ein Zwerg aber trotzdem kann auch nicht angehen kann den auch nicht ersetzen hier ja wo kam der denn wie kommt der denn da rein hö die droppen vom Dach aus einfach runter ne nicht mit mir Leute hey warum kloppen die weiterhin darauf ein die sind da da unten hab ich irgendeinen bösen Zauber den ich anwenden kann mal sehen magisches Licht Feuerball hätte ich so gucken wir mal ja hier guckt euch das an zwei Steine die einfach so mittendrin fehlen was soll das das ist doch definitiv ein Bug was soll das sonst sein kann ich die eigentlich angreifen ne nee nee Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020